Diese Börsenwoche, die wird so mega spannend. Wir haben am Mittwoch FOMC-Sitzung um 20 Uhr, dann am Donnerstag EZB-Sitzung mit Pressekonferenz um 14.30 Uhr. Auch immer sehr, sehr spannend und marktbewegend hoch und runter. Dann haben wir aber noch Quartalszahlen und zwar die großen Techies. Mittwoch haben wir Microsoft, Facebook und Tesla. Am Donnerstag dann Amazon und Apple und heute gibt es Zahlen von Google und das wird richtig spannend und darum geht es. Heute starten wir mal mit der Google und da müssen wir sagen, in den nächsten Tagen haben wir 5 von den Tech-Aktien aus dem S&P 500, also 1% der S&P 500 Aktien, die aber über 15% der Marktgewichtung ausmachen und zuletzt haben die Tech-Werte den S&P 500 hochgetrieben. Alles andere, also die 5-Werte, die waren richtig gut oder die Tech-Werte im Allgemeinen, aber alles andere dümpelt er vor sich hin. Und wie es jetzt mit der Google weitergehen könnte, das schauen wir uns mal aus technischer Sicht an. Also Kamera aus und Glaskugel an. Hier sehen wir jetzt die Google, die C-Aktie, Class C auf Tagesbasis gehandelt an der Nasdaq und wir sehen erstmal, wenn wir ein bisschen nach links blicken, diese Seitwärtsbewegung seit Ende 2017, haben wir eine massive Unterstützung im Bereich 960 bis 1000 US-Dollar gebildet. Das Niveau wurde zuletzt nicht ganz erreicht. Auf der oberen Seite haben wir einen Widerstand, 1250 bis 1300 US-Dollar. Das war in den letzten Monaten Widerstand, wurde direkt zur Unterstützung und hier, wenn wir mal gucken, zuerst in der Corona-Krise einmal draufgedippt und dann schöne Gegenbewegung gezeigt, danach runtergefallen und jetzt hängen wir seit einiger Zeit an diesem Niveau. Und im Grunde, der Widerstand, der bleibt so lange Widerstand, bis er überwunden ist. Also ich sag mal, wenn wir mal hier über 1325 nach oben ausbrechen, dann würde ich sagen, okay, Rücksetzer, hier alter Widerstand wird zur Unterstützung. Jetzt hängen wir aber noch an diesem Niveau. Und jetzt mit den Zahlen, da kann natürlich ordentlich Bewegung in die Aktie kommen. Ich habe mal eine kleine Statistik aufgeführt. Ich habe mir die Gaps der letzten Quartale angeguckt, wie sich die Aktie halt nach der Veröffentlichung von den Quartalszahlen entwickelt hat. Und da hatten wir die größten Ausschläge im Q3 2019 und im Q2 2019. Einmal Q3 war plus 8% roundabout das Gap. Im Q2 hatten wir ungefähr minus 8% an Kursbewegung. So, und jetzt stehen wir natürlich vor der Sache. Man erwartet hier, dass es ungefähr zu einem Rückgang der Werbeeinnahmen von 30% in anderen Tech-Werten gekommen ist, die halt auch sehr stark im Bereich Advertising unterwegs sind. Und Alphabet bzw. Google hält sich da strikt zurück. Die haben bislang nicht großartig was von sich gegeben. Deswegen wird das eine spannende Kiste. Wenn wir einen Rückgang der Werbeeinnahmen von 30% mit berücksichtigen, dann erwarten die Analysten momentan einen Gewinn je Aktie von 10,70$, 10,80$ je Aktie. Und da hatten wir im letzten Quartal, im vierten Quartal 2019, hatten wir noch 15,35 US-Dollar Gewinn je Aktie. Und das kann natürlich hier für Überraschungen in die eine oder andere Richtung sorgen. Und die 8% hoch oder runter, da kann es jetzt heute einfach aufgrund der Tatsache, dass wir tatsächlich eine größere Verschiebung erwarten könnten, oder zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit einer Überraschung sowohl positiv als auch negativ, die ist ja durchaus gegeben. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass wir wieder einen Gap im Bereich 8% tendenziell, aber ja auch vielleicht sogar noch einen Tacken mehr sehen, wie viel. Na, das weiß auch meine Glaskugel leider nicht. Auf jeden Fall, ich sag mal so, um die 10% Bewegung können wir mit einplanen. 10% in die eine, aber auch in die andere Richtung. Heißt, wir könnten hier jetzt am Mittwoch 10% höher starten. Heißt, wir würden den Widerstand überwinden. Dann hätten wir das nächste Ziel im Bereich 1420 bis 1440 US-Dollar. Hier haben wir ein offenes Gap und dann später im Bereich 1475, 1500 plus 1525. Also im Grunde Gap Close plus Allzeit hoch. Das wären die Ziele nach oben. Gappen wir nach unten, dann sehe ich eher nochmal, wir haben so eine Volumenunterstützung im Bereich 1175. Später, ja, durchaus auch nochmal möglich, dass wir die Tiefs antesten. Vielleicht ist ja der Startschuss jetzt, der Tech-Werte der Quartalszahlen, der Startschuss für nochmal eine größere Korrektur. Denn wir wissen ja, die Tech-Werte haben einfach eine sehr große Gewichtung im S&P 500. Und wenn die nicht fallen, na, dann fällt der S&P halt auch nur schwerlich. Also Alphabet, heute mit dem Start nach Börsenschluss gibt es die Zahlen. Und das wird eine spannende Nummer. Wie es ausgeht, können wir nicht wissen, aber wir werden es uns morgen anschauen.